Die nächste Etappe Dragonia ist da. Gratis. Okay, und wieder eine. Also es bessert sich nicht wirklich. Ach, ich geb den ganzen Kram her, ist mir egal. Ah, Probleme bei der Verbindung, ja, das ist mir egal. Das ist mir sowas von egal. Aber wenn das das einzige Problem bei dem Spiel wäre, ja, nein, wir haben hier mit ganz, ganz anderen nervigen Dingen zu kämpfen. Egal, wir machen das wieder im Zwei-Tages-Rhythmus. Also ich mache jetzt heute und morgen und dann mache ich das Video fertig und dann eben nochmal Tag drei und Tag vier. Ja, mit dem ersten können wir wenig anfangen. Wir haben jetzt vier von den Gartenhütten. Da hinten ist noch eine. Aber das war's da auch. Von den Museumshütten haben wir gar nichts mehr auf dem Level rumstehen. Also auch nichts zu holen. Und die Kiste, mal schauen, ob wir die überhaupt aufbekommen. Ja, bekommen wir. Okay, Museumshütte nichts zu machen, aber Gartenhütte können wir zumindest was zusammenführen. Bringt uns nur nicht sehr viel weiter, weil das A, nicht die Gegenstände sind, die wir aktuell benötigen und B, weil wir nicht genug davon haben, die jetzt freizuschalten. Boah, ich kann's machen, ne? Aber es bringt halt gar nichts. Es bringt einfach nichts. Also nur noch deprimierend. Und ich sehe das nicht ein, irgendwelche Kisten zu kaufen. Mhm. Auf gar keinen Fall. Und es gibt auch immer noch kein Gratisangebot oder so. Nö. Naja, da brauche ich nichts zu checken. Ähm, nee, also kein Gratisangebot, kein gar nichts. Haben wir hier vielleicht mal noch so eine, so eine rote. Nein, da hinten habe ich doch eine gesehen. Dann können wir die wenigstens zusammenbringen und hier nochmal ein Fünfermerch machen und das weg. Ähm, ja, wir stecken ein bisschen fest. Wir stecken hier einfach ein bisschen fest. Anders kann man das nicht sagen. Und wir werden morgen schauen müssen, was die Kisten morgen bringen, in der Hoffnung, dass es uns irgendwie einen kleinen Schritt wenigstens weiterbringt. Also, für euch. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Ja, äh, ich muss es nachvertonen. Ich hab, keine Ahnung, ich hab den Ton halt nicht eingestellt. Also ich hab das Mikrofon nicht aktiviert. Und dann einfach schön ins Leere gequatscht. Das ist immer gut. Ähm, wir bekommen wieder die zweite Kiste mit einem kleinen Handel. Ich hab mir dafür dann noch schnell ein paar Pilze erstellt da drüben. Und ganz kurz was zu diesen Truhen gesagt. Und zwar sind die Belohnungen gar nicht so schlecht, die es in den Truhen gibt. Die gibt es in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Aber, ja, also ich hab einfach die Edelsteine nicht übrig. Ich hab für sowas keine Edelsteine übrig. Wer da irgendwie durchs Farben mehr als genug übrig hat, ja, kann vielleicht mal so eine besorgen. Man kann auch genau auf, ähm, sich anzeigen lassen, was quasi an den Kisten drin ist, mit welchen Wahrscheinlichkeiten. Das ist gar nicht so schlecht. Aber, ja, ich hab's einfach nicht übrig. Ich hab's nicht. Meine Drachen besorgen hier noch ein bisschen was. Ah, das ist so ärgerlich, wenn man seinen Ton da nicht drauf hat und das nachvertonen muss. Also nicht wegen der Arbeit, das ist nicht so, nicht so dramatisch. Aber, ja, man kann's halt nicht nochmal so aufnehmen, wie man's aufgenommen hat und im Nachhinein dann irgendwas daher zu quatschen. Ich will's dann auch nicht künstlich so darstellen, als würde ich's quasi, ja, als hätte ich's echt so vertont. Deswegen gibt's dann jetzt die Spezialvertonung. So, die fünf noch weg. Und, ja, zwei Kisten sind da. Auf geht's, bla bla bla. Eine hab ich mir zuerst mal rausgenommen und ausgepackt. Und, komm, pack aus. Pack, pack aus. Da hat's jetzt für nicht viel gereicht. Also, wir haben fünf von den Theatergegenständen zumindest. Die können wir zusammenbringen. Damit haben wir dann zwei von den blauen Theatergegenständen. Ich weiß grad nicht mehr auswendig, wie sie heißen. Sind das Pavillons auch? Ich weiß gar nicht mehr. Zeigt ihr das an? Theater Arena. Na, okay. Das sind Theaterarenen und die haben wir dann auch noch verbunden und noch schnell fertig gemacht. Dann hab ich drei Theaterhallen. Ich hätte mit den drei Theaterhallen jetzt das nächste machen können. Ich weiß gar nicht, was ist es? Theater, ich hab keine Ahnung, was ist es denn nur? Ich weiß es nicht. Warum weiß ich nicht, wie's heißt? Komm, zeig mir das doch irgendwo. Ist egal. Wir hätten die nächste Stufe machen können und links die Aufgabe erfüllen können, denn die nächste Stufe wird da angefordert. Bringt uns aber nicht sehr viel, weil wir den letzten Gegenstand nicht abgeben können. Und deswegen hab ich da den Dreier-Merch jetzt noch nicht gemacht. Ich mach das eventuell morgen, falls sich das ergibt. Falls es lohnt. Falls wir es mit den Museumsgegenständen auch schaffen. Da haben wir hier nochmal fünf Museumshütten zumindest. Konnten die weitermachen. Dann waren es allerdings nur drei rote. Das bringt uns jetzt nicht so viel weiter. Und wir müssen ja bis auf Level 5 hoch. Also das ist schon absurd. Bis auf Level 5 weiß ich nicht, wie das funktionieren soll so schnell. Aber gut. Also. So. Gartensachen. Vier. Können wir nichts weitermachen. Theater. Haben wir nochmal einen. Und den blauen, den wir noch nicht rausgelassen haben. Die blöden Geisterfiolen. Ja. Über die braucht man eigentlich auch nicht mehr weiter diskutieren. Deswegen nächste Kiste raus öffnen. Und jetzt haben wir genug von den Gartengegenständen. Da können wir jetzt fünf zusammenbringen. Genau. Die zwei blauen in der nächsten Stufe. Also Level 2 bringen uns jetzt nicht so viel die Pavillons. Dann haben wir nur vier. Und das ist nicht mal was, das gefragt ist. Deswegen schnell nochmal die Museumshütten hier zusammen. Da waren es nochmal fünf. Und jetzt können wir die auch alle befreien vom Fluch. Denn wir haben jetzt von diesen Theatergegenständen, Theatergegenständen von den Museumspavillons, haben wir jetzt fünf Stück beisammen. Können die tatsächlich verbinden. Und haben damit dann von den Museumshäusern auch endlich fünf. Also von der blauen Stufe. Und können auch da nochmal ein Fünfermerch machen, dass wir wenigstens mal Level 4 entdecken. Level 4 haben wir jetzt da. Pack das mal aus jetzt da. Los. Weiter, 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 weiter. Komm schon. Was ist das? Museumshalle. Ja. Ach genau, da habe ich festgestellt, dass die Museumshalle sehr ähnlich aussieht wie die Museumsvilla. Ja. Also zumindest vom oberen Teil. Im unteren unterscheiden sie sich. Aber im oberen Teil sind sie doch sehr ähnlich. Ja. Und farblich natürlich anders. Das braucht man nicht diskutieren. Aber das sieht man ja vorher im Schwarz-Weiß-Bild nicht. Okay. Also eine mal noch auf Seite gepackt. Dann habe ich mit den Fiolen ein bisschen rumhantiert, dass ich mir dann ein klein bisschen Platz verschaffen kann. Auch wenn am Ende das alles viel zu viele Geister sind und ich gar nicht mehr weiß, wohin mit den Geistern, habe ich es trotzdem gemacht. Ja. Alles ein bisschen auf die Seite geschoben. Hopp, hopp, hopp. Dann kommt, da oben haben wir, glaube ich, noch die gelöst. Genau. Aus den Bubbles haben wir das noch rausgenommen. Dann konnten wir die drei zusammen machen und da nochmal zwei vollwertige Fiolen erstellen. Und dann habe ich, glaube ich, die große Dings nochmal rausgelassen. Ja, genau. Das höhere Level auch nochmal rausgelassen. Auch nochmal schnell entflucht. Genauso wie alles andere, was noch rumstand. Es bringt uns jetzt nicht großartig weiter, aber es schadet ja auch nicht. Ich habe es einfach aufs Prinzip gemacht, damit ich noch irgendwas machen konnte in Dragonia, damit es nicht ganz so langweilig wird für mich. Also es war trotzdem langweilig, aber damit wenigstens irgendwas noch passiert ist. So, da nochmal fünf Fiolen und dann habe ich die drei da oben noch schnell ausgepackt. Da nochmal ein Dreier-Merch gemacht mit den roten, dann den Fünfer-Merch. Und dann ist das auch auf Seite. Ja, da nochmal schnell die großen Sachen eingebabbelt, meine ich. Habe ich? Ja, habe ich, genau. Ich habe die großen Gegenstände nochmal schnell eingebabbelt bis morgen und dann habe ich kurz hochgerechnet, was wir denn noch benötigen. Jetzt muss ich aber erstmal das Zeug auf Seite räumen, dass alles wieder so ein bisschen seinen Platz hat, soweit es denn da möglich ist auf dem Feld. Das erinnert mich sehr an die Anfänge von Merch Dragons. Da sah es bei mir im Camp immer so aus. Da ging es im Camp immer so wild zu. Ja, so jetzt muss ich gucken. Ich weiß nicht, wann ich das einblende. Da, Theaterzentrum. Genau, das hat mich aber gar nicht interessiert. Dahin wollte ich. Museumsartikel. Genau, wir brauchen Stufe 5. Wir haben zweimal Stufe 4. Das heißt, wir brauchen noch einmal Stufe 4. Für einmal Stufe 4 brauchen wir dreimal Stufe 3. Und Stufe 3 zeige ich jetzt hoffentlich gleich nochmal. Haben wir aktuell noch einmal da stehen. Genau, deswegen brauchen wir es noch zweimal. Dafür brauchen wir fünfmal Stufe 2. Stufe 2 haben wir momentan nicht mehr da stehen. Wird also ein bisschen eng. Könnte aber sein, dass es über die nächsten zwei Tage noch klappt. Werden wir sehen. Nächster Part kommt auf jeden Fall in zwei Tagen. Dann seht ihr es auch. Und ansonsten hören wir uns morgen mit irgendeinem anderen Video wieder zu Merch Dragons. So sieht es aus. Also das für heute. Bye, bye.